Aileen Sherry Dunn Gap Shaw ist eine ehemalige englische Radsportlerin, die auf Zeitfahren und Rekordfahrten spezialisiert war. Gegen Ende der 1940er und in den 1950er Jahren brach sie alle Rekorde der Women's Road Records Association, darunter den für die Strecke von Lenzend nach Jeanneau-Groetz Laufbahn als Amateurin. Aileen Shaw war mit rund 1,50 Meter Größe und einem Gewicht von 46 Kilogramm eine zierliche Frau. Schon in der Schule war sie sehr sportlich. Mit 15 Jahren bevorzugte sie den Radsport und wurde 1944 Mitglied des Coventry Cycling Club. Zunächst nahm sie lediglich gemeinsam mit ihrem Freund Ken Sherry Dunn an Touren sowie Clubhausfahren teil und hatte kein Interesse am Radrennsport. 1945 fuhr sie über 25 Meilen ihr erstes Zeitfahren, das von der Birmingham Time Retrial Association organisiert wurde. Und sie gewann dieses Rennen ebenso wie die britische Zeitfahrmeisterschaft über die gleiche Strecke. Anschließend heiratete Aileen Shaw Ken Sherry Dunn, der ihr auch das erste Rennrad schenkte und wurde im April 1946 Mutter eines Sohnes. Schon sieben Wochen nach der Geburt nahm sie ihr Training wieder auf. 1949 und 1950 gewann sie den Zeitfahrwettbewerb British Best Allrounder. Im September 1949 stellte sie mit 237,32 Meilen einen Rekord über zwölf Stunden auf. 1950 wurde sie britische Meisterin über 50 und über 100 Meilen. Im selben Jahr wurde sie wegen ihrer Verdienste um den Frauenradrennsport mit dem Bedele Memorial Preis ausgezeichnet. Nachdem sie in einem Jahr drei Meisterschaften gewonnen und fünf Rekorde aufgestellt hatte, Profikarriere, 1951 unterschrieb Aileen Sherry dann einen Dreijahresvertrag mit der Herkules Cycle & Motor Company mit dem Ziel, Rekorde im Straßenradsport zu fahren. Ihr Betreuer bei Herkules war der Olympiateilnehmer und viermalige Best Allrounder François Uthal. 1954 brach sie mit 250,5 Meilen den bisherigen zwölf Stunden Rekord und mit 446,5 Meilen den über 24 Stunden. Während ihrer gesamten aktiven Zeit stellte sie insgesamt 21 Rekorde im Frauenbereich auf, meist mit riesigem Vorsprung. Fünf davon haben weiter Bestand, darunter der Rekord für die Strecke von London nach Edinburgh mit 20 Stunden, 11 Minuten und 35 S. Ihr 1000 Meilen Rekord innerhalb von drei Tagen und einer Stunde hatte 48 Jahre lang Bestand, bis er 2002 von Lynn Taylor überboten wurde. 1952 schlug Sherry dann den Rekord für die Strecke von Lansend nach London um 23 Minuten. Dieser Rekord wurde jedoch von der Women's Road Records Association nicht anerkannt, da der Rekordversuch zuvor vom Daily Mirror publik gemacht worden war, was gegen die Regeln war. Zwischen dem 9. und dem 11. Juli 1954 verbesserte Aileen Sherry dann den Rekord von Mark Wright Wilson aus dem Jahr 1939 für die Strecke von Lansend. Nach Jeanneau Grotz auf zwei Tage, elf Stunden und sieben Minuten, das Fahrrad, mit dem sie diese Fahrt absolvierte und schenkte sie später dem Coventry Transport Museum. Das Rad trägt zwar den Markennamen Herkules, wurde aber mit Komponenten anderer Hersteller gebaut, da Herkules-Rahmen sehr schwer waren. 1955 beendete Sherry dann ihre Karriere. Anschließend bekam sie ein zweites Kind, eine Tochter und verfasste ihre Autobiografie Wonder Wheels. Sie ist Ehrenmitglied des Coventry Cycling Clubs und zugleich dessen Präsident. Ihr Ehemann Ken starb 2012 im Alter von 98 Jahren. Medienresonanz Aileen Sherry dann galt zu ihrer aktiven Zeit als populärster Radsportler Großbritanniens. 1952 wurde sie in einem Dokumentarfilm von Dunlop mit dem Titel Spinning Wheels. Cycle Sport 50S-Style gemeinsam mit Reg Harris, Ken Joy und Cyril Peacock porträtiert, auch werden Szenen der Tour de France gezeigt. 2014 wurde ein 20-minütiger Dokumentarfilm mit dem Titel Come on Aileen über sie gedreht.